hallo da bin ich wieder zurück mit orient the blind forest immer noch unter wasser also bei dieser scheiß wasser stelle vergessen zeit einzustellen ach es ist grausam ich habe jetzt eben zwischendurch meine hände entspannt und habe als kampf ansage ein glas wasser getrunken gegen das wasser ja ja genau so sieht ziemlich aus das mache ich nämlich mit dem wasser normalerweise kann ich überhaupt noch mein controller sieht so weg aus okay mein controller hatte sich tatsächlich ausgestellt weil ich zwischendurch natürlich eben hier meine pause gemacht habe und den ich angefasst habe ja dann bin ich auf jeden fall jetzt bereit aber gut ich hoffe ich hoffe es ich hoffe ich bin bereit aber es kann doch nicht so schwer sein ich glaube ich war fast am ende es kann nicht mehr weit gewesen sein das ist doch irgendwann ist halt die konzentration weg deswegen wir fangen jetzt einfach wieder hoch konzentriert hoch konzentriert an geht schon gut reden kann ich nicht aber das ist auch völlig egal ich muss ja nicht reden ich muss jetzt einfach nur springen drei zwei eins go was ich habe gerade die knöpfe vergessen soll ja mal vorkommen was war das denn oh gott wie schrecklich man knapp einfach springen 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 und wenn du springst hey was hallo ich hab doch gedrückt das kann doch nicht sein war zu niedrig weiter wie mein controller immer erbebt was war ich kann doch nicht mal genervt gucken habe kein zeitsuch aller hallo ja spring doch einfach in die kacke rein what the leuchter kann es mal ein bisschen schneller danke ich könnte auch auf dem dinge ist hier mir nur einen runter holen wo ich kann sagen aber das weiß ich natürlich überhaupt nicht was kann ich dann bin ich bin nicht so rechnungsfähig tschuldigung wuhu 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 hier hängt es aber komm doch schon what no upsala ok hopp ne was scheiße er hat mich drunter gerutscht ähm hä was ne ne boah das wird nix scheiße ich hätte einfach auf die spinne wach waschen wachsen wachsmaske bleibt wachsmaske und messwechsel bleibt messwechsel ging das so ich weiß nicht ooooh no oh hallo hoch boah ist das mal der geile also ich kann echt locker auf die spinne warten das ist irgendwie einfacher scheiße den wollte ich doch mal nehmen ok nein hallo hoch 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 ok das ist ganz gut ok dich nehmen wir hopp nein shit 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 ich bin da nein das kann doch nicht sein ich hab doch noch den Pfeil gesehen oh mein Gott was uuh ne oh will der mich verarschen ne ich bin dem spinne jo wach das hat dir überhaupt nichts gebracht ok das lassen wir mal lieber man muss doch irgendwie ne Belohnung kriegen wenn man irgendwann mal schneller ist kriegt man nicht es gibt nichts geschenkt im Leben oh scheiße oh ich bin verflogen ich hab mich verflogen oh ich werde es in diesem Leben vielleicht nicht mehr schaffen alter alter warum macht er denn das immer das kann doch nicht sein ich frag mich zwar immer noch warum das vorhin einfach immer geklappt hat aber gut ja hier springen wir einfach schneller so das ist alles easy haa huh hoch mensch jo das ist gut so jetzt gehen wir mal hier lang so hier oh shit egal rüber rüber hoch 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 alter ich hab's ich hab's oh man ich kann nicht mehr nervlich ich kann einfach nerven nicht mehr ich bin so gepisst warum tut man das das ist doch schön ah es ist schön schade aber auch nein was ja hm keine Ahnung warum tut er denn das immer der springt immer mit seinen blöden Hintern mitten in die Fresse oh ich kann's gar nicht glauben wer hat mir gleich dieses Spiel empfohlen oh mein Gott ich hab's nicht getan ich bin nicht abgesprungen das war schwachsinnig aber egal oh mein Gott ja das ist gut ok ah was kam jetzt nochmal hoch nein und warum bin ich schon wieder da ah ich kann einfach nicht mehr oh was hä was war das denn jetzt warum warum ist denn das passiert hallo sag mal ich hab grad ungefähr zweimal geklickt keinen interessiert ah ich glaube das ist nicht gut ich glaube ich war schon zu hoch gesprungen wenn Stellen die man eigentlich konnte schlimmer werden das ist kein gutes Zeichen vorher hat man die intuitiv gemacht und plötzlich denkt man drüber nach und dann geht's nicht mehr brauche ich nicht ach sehr gut jo die Seite war doch ganz gut ne ja wow hoch wow was no way nein oh Gott nein ich glaube da war bestimmt das Ende ich fahr schon so weit es hat schon die ganze Zeit vibriert in meinem Ding in meinem Ding es hat vibriert in meinem Ding wuh wuh wenn das nicht geil ist aber egal komm scheiß drauf ey ah wuh ah hoch ah wuh wuh nein nein ich bin ans Mikro gestoßen nein ich hatte keinen Platz mehr unter dem Arm äh was nein ich glaub's nicht nein ich konnte ich konnte mich nicht mehr bewegen ich bin gegen das Mikro gestoßen nein ah geh doch weg du dummes Mikro nein es muss irgendwie anders gehen Moment ich sterbe mal einmal ganz kurz ich muss mich mal kurz umsetzen ich geh das so unten ah da geht es vielleicht auch ah unnötig was oh das war völlig geil oh Gott aha es hört sich irgendwie alles ganz komisch an was ich hier tue why ne oh Gott es ist so schlimm ey was oh ich will nicht mehr viel zu früh gewirbelt ich weiß woran es liegt glaube ich es liegt daran dass ich scheiße bin okay das war's das war ganz schön krass knapp hä Arsch warum kriegt man die Kugel noch wenn man doch eigentlich sie abkriegt überflüssig einfach nur gemein ist das das ist einfach nur gemein nein ich brauch das okay hier schon mal nicht gekriegt das ist gut okay das ist auch gut ja ja nein nein ihr könnt gar nicht glauben wie wie traurig ich bin ich bin so traurig ich bin einfach nur so traurig das ist einfach nicht wenn die kooperieren will er will einfach nicht er will nicht lief er will auch nicht leben er will einfach schwimmen schwimmen und sterben wir haben doch einfach nur gutes gewollt nein ich bin abgerutscht ja Arsch ha was zur Hölle genau sollte das jetzt ja mach es doch einfach 10 mal weil dann wenn man es 10 mal gemacht hat ist es danach besser ja mir auch egal genau deswegen ist mir egal weil es hätte eh nicht geklappt was ne jetzt geht das schon noch nicht mal mehr warum da ist einfach nicht mehr flieg brauche ich nicht schlecht was wo gehst du hin oh mein gott ich bin zu früh abgesprungen oh ich will nicht mehr oh man ey ich will echt nicht mehr echt jetzt ernsthaft ey ich will wirklich nicht mehr ich verkaufe das spiel danach ich schwöre es dir uri du blöder kleiner arsch uri du bist so täuscht so mit deiner fassade täuscht so einfach so du tust so ah ich bin so süß dieses spiel ist so so wunderschön guckt euch mal die grafik an und innerlich so der teufel ey oh freu mich ich kann nicht reden Oh Gott, ich glaube, ich will nicht mehr. Oh Gott. Oh, shit, ey. Nein. Ach. Was zur Hölle? Ach, du Heilige. Nein, du Arsch. Oh Mann, ey. Ich würde so 50, 50er. Tausendmal speichern. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kriege einen Sehenschein. Ich kann die Hände nicht da unten lassen. Ich bin so angespannt. Brauchst du nachher erstmal eine Massage. Alter, was soll denn der Fick immer? Ich kann nicht mehr reden, ey. Ah. Mann. Ah, ey. Kein Kumpel-Tar. Ja, genau. Weil, weil es genau so läuft, ey. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße, war das knapp. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Schön. Wunderschön. Okay, Ende. Nein, nicht noch sowas. Nein, 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 was machst du? Was? Oh. Uh oh. Na? Oh. Sind wir jetzt im Vogel? Es war das Licht, das sie hasst. Das Licht unserer Art. Doch Oris Güte sollte mein Kind ein weiteres Mal retten. Ach du schon wieder. Erst die Scheiße klauen und dann plötzlich uns retten. Ohri, ich fürchtete schon dich an Kuros Fänge des Hasses verloren zu haben. Aber Gumu hat dich gerettet und uns vor einem unbestimmten Schicksal bewahrt. Schön hier. Doch sieh her, der Ginso-Baum ist wieder hergestellt und Nibels Wasser ist wieder klar. Sehr schön. Wir haben jedoch keine Zeit zu verlieren und müssen uns sputen. Das Element des Windes ist als nächstes dran. Es ruht tief in den Aliens Ruinen. Im Nebelforst gibt es einen Schlüssel, der die Tore dorthin öffnet. Oh Gott, ist da unten Piranha? Ich will nicht schwimmen. Oh Gott, ich hasse Schwimmen. Doch, mehr fast als Fliegen. 37%. 8%. Wie lange geht dieses Spiel? Oh Gott, ich dachte, das ist ganz kurz. Ich dachte, das ist so ein nettes Ding für zwischendurch. Finde das Gumon-Siegel, das im Nebelfrost versteckt ist. Was machen die denn für dumme Spirenzchen hier? Verstecken irgendwas und du machst dir die Finger kaputt. Spiel gespeichert. Boah, wir haben kein volles Leben. Boah, okay, das ist eine gute Stelle zum Speichern. Hier werde ich wahrscheinlich wieder schön geschnitten haben in diesem aufwendigen Spiel. Und dann sagen wir mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.